Jetzt fahren wir über den Bahngleis. Ja, es ist 2. Jetzt sind wir in Vietnam. Die Gauklocken sind Vietnam, das andere ist Thailand. Ananas. Hier ist das Hotel Ananas. Jetzt sehen wir uns schon. Cool. Schön. 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 Noch ein paar Ananas. Oh, Ananas. Elegance. Elegance. Es sieht fast aus wie in Zürich, finde ich. Was heisst du Urs? Langstrasse? Da ist eine kleine Jungfrau. Hochbeugebiet. Da zermatt. Zermatt. Und dann ist es so ein schönes Wasser. Und dann ist es wahrscheinlich auch ein schönes Wasser. Und da sind es viel zu tun. Und es ist so ein schönes Wasser. Und dort sind es alles sicher. Und es ist voll zu weit. Und es ist sehr schön. Ja, eigentlich sehen wir mal von etwas anderes. Das ist fast gut. Ich habe die Gäste nachher zu tun. Ich habe etwas weniger. Oder kann man auch nachher zu tun. So ist die Armee. Nein, das ist richtig Charme. Nein, auch schon Armee. Die Armee. Die haben sich auch ein schönes Auszug da. Wunderbar. Ja, natürlich. Der macht jetzt einen Bogen. Ich hab ja gesagt, eine halbe Stunde. Ja, natürlich. Wunderschöne Gas. Ja, was? Ja, das ist gar nicht. Hahaha. Genau. Das ist ja nicht so. Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Oh nein. Was ist das Müsse? Das ist das Müsse. Ich bin hier unten. Das ist ein grosses Gepälder. Und das ist ein grosses Gepälder. Ratsamangal University of Technology. Wie ist das? Das heisst, ich kann hier arbeiten. Dann gehe ich hier arbeiten. Dann gehe ich hier arbeiten. Ratsamangal University of Technology. Und das ist ein grosses Gepälder. Das ist ein grosses Gepälder. Das ist ein grosses Gepälder. Siehst du Schätze, die spontanen Ideen sind die besten. Die einen nach dem anderen. Ja. Aber es ist schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ein grosses Gepälder. Das ist ein grosses Gepälder. Das ist eine Filialle davon. Das ist eine Filialle davon. Ja, das. Was ist man zu wissen? Das ist ein grosses Gepälder. Das ist ein grosses Gepälder. Ananasbrantage. Die sind voll grossi. Über die Käse. Und dann gehen wir wieder drüber. Schau was da kommt. Das ist auch die Lastweg. Von hinten nicht, aber rundherum vorne wäre schön. Das ist hier. Oh, Nummer. Nummer Nummer 20. Wow. Das ist hier. Das ist ja ein normaler, aber natürlich sehr gut. Aber hier ist die große Stadt, die ich auch hier bin. Aber hier ist die große Stadt, die ich auch hier bin. Ja. Das ist ja ein bisschen, das ist ja so schön. Aber es ist ja so schön. Ja, das ist ja so schön. Oder Buddha. Dort sitzt der Buddha an mir. Aber du kannst auch einen Lüten. Und dementsprechend ist es dann im Sommer ausgelöst. Ich habe mich heute noch nicht gesehen, weil ich glaube, dass du gerade mit dem, dass ich am Anfang gekommen bin in Bangkok und Akanan. Ich hatte direkt einen Kulturschock. Ich habe das, also ich habe mich empfunden. Und jetzt, nach eineinhalb Wochen, denke ich mir, wieso habe ich das so empfunden? Weißt du, jetzt wundere ich mich. Ja. Es ist ja genau. Ja. Der Verfahren ist groß. Ja. Wenn wir dann fest da sind, dann mal eine Trekkingtour durch den Urwald. Ja. Die Urs ist immer vorne weg. Ja. Drei Meter. Ja. Ah, da unten ist der Strand. Jawohl. Ah, da ist jetzt Sanayi. Genau. Sanayi. Ja. 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 Ja, ich will.